Hallo, ich bin Wendelin aus Austria. Ich habe eine Information über mein Projekt, ich habe schon ein Thema in Austria. Ich habe ein Papier von einem Professor aus der Bahia Blanca und ich habe mich in Kontakt mit ihm. Und dann habe ich mich, 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 dass ich mich als Tutor für mein Projekt war. Seit dem ersten Minuten in der Argentinien habe ich mich in der Schule gesehen. Ich habe mich in der Universität sehr gut gemacht. Ich habe mich versucht, zu helfen, zu helfen, zu helfen, zu helfen, zu helfen, zu helfen. Die Leute sind sehr, sehr amig mit mir. Und klar, die Freunde, die Freunde, die Du hast, sind nicht so nahe, wie zu helfen, zu einem von diesen Jahren. Aber ich habe viele Leute, die ich sehr interessiert habe, und ich habe mich in Kontakt, für viele Jahre, und meine Leben. Wenn Sie möchten, ich zeige, die Fugnette im Moment. Wie geht es dir? Ich wohne in der Furgonetta und werde noch ein paar Monate lang dort. Ich trage die Furgonetta von Hamburgo, Montevideo, mit einem Park für Transport. Dieses Jahr, in diciembre, in february, war ich in Uruguay. Ich war über die ganze Atlantik-Atlantik, in der Argentinien, bis zu Ushuaien. Und da war ich in Chile, bis zum Torez del Vaine. Und wieder auf die Rute 40, bis zum Bariloche. Ich hatte einige Räume auf die Rute 40. In ein paar Räume von überall, nicht mehr. Ich habe keine Räume von uns zu tun. Aber ich kann mich nur auf die Räume von Menschen, die ich nicht gut bin. Ich kann mich auf jeden Fall auswählen, weil es eine Art von sich selbst zu kennen. Es eine Erfahrung, wo man sich viel zu tun, mit den Problemen von dir selbst zu kennen. und zu kennenlernen oder zu arbeiten mit jemanden, die man nicht kennenlernen kann. Das ist eine Sache, die ich glaube, ist wichtig, um zu entwickeln, in ihrer Leben zu entwickeln.